Naja, na 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 Tadam, tadam Nochmal essen Ach Mensch Shit, wie viel müssen wir jetzt zahlen? 2700, aber es ist gerade erst Anfang, deswegen ist es Okay, alles fresh Alles fresh Mhm Reparieren lassen, genau Nein Der ist noch heile, genau Okay, wir sind voll Dann warten wir, bis die beiden Video fertig gemacht haben Dann würde ich den Rechner Ich will den Rechner halt komplett ausrüsten Das ist dann der Oberkrass-Rechner, sag ich mal Wir machen das Video mal fertig Auf Arbeitsplatz 3 Fortsetzen Interview, weiter Ja, wir müssen das halt kurz fertig machen, damit wir gleich Das Video verwerfen können Oh, ist jetzt fertig? Zeige das Ergebnis Ah, ist okay Ist okay, wir sollten auch gleich mal ein neues Spiel kaufen, würde ich sagen Laden wir hoch, auf jeden Fall Ja Zack Da können wir auch nichts mehr rausholen, ist es okay Nein Nein Das laden wir definitiv nicht hoch Sein Video ist jedenfalls auch fertig Verwerfen Zeige das Ergebnis Ah Wir laden es noch hoch Wir laden es Ja, doch, wir machen es noch Okay, dann würde ich sagen Gehen wir mal Eine Runde nach oben Und dann gehen wir kurz einmal Spiele ausmisten Spiele wählen Das kann verkauft werden Das kann alter Spiel wählen Und verkaufen Einkaufen G Western Amazing on Düdum, dim, dim, dim Slackt ein wenig Mann Warum denn Äh, ne Danke Ähm Alles, genau Juni Wir haben Juni Top-Seller Mai, 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 Mai Juni 2. Juni 1. Juni 3. Juni Das holen wir uns Ja, holen wir uns Dann machen wir sofort Videos Instant-Videos dazu Habe ich Unboxing schon gehabt? Ja, ne? Ich glaube, das habe ich schon Bekommen Gut, Unboxing Auf Arbeitsplatz 1 Full-K-Auflösung, Lärmschutz Und Omni-Ausgabe Dark Car to Impact Und ein lang erwartetes Wartetes Neues Spiel Weiter Ja Yeah Oh, das lässt sich Oh, jetzt muss der sich noch so viel bewegen dazu Oh Mensch Start ist die Aufnahme Intro mit Effekten Interaktiver Ladebildschirm Unlustiger Kommentar Nice Hat was gebracht Du hast eine Tiefen mitbekommen Singender Kommentar Ladebildschirm mit Hinweis Lustiger Kommentar Verdammt Das Spiel hängt sich auf Wütender Schrei Shit Okay Ausschnitt Ähm Okay Wir müssen den ernsten Kommentar nehmen Was Du bist fast ein Level aufgestiegen Feierlicher Schrei Wir haben fast noch Punkte Äh, fast Kaum noch Punkte So Zusammenfassung gespielt Ja Toll Okay Fangen wir Nein, nicht damit Fangen wir damit an Gehen dann damit weiter Dann würde ich sagen Nehmen wir auf jeden Fall Das und das mit rein Ähm Ja, das hier Dann können wir das noch wählen Und dann würde ich sagen War's das Mehr machen wir nicht Brauchen wir auf jeden Fall das Auf jeden Fall noch ein bisschen Farbe dazu wählen Noch einen Titel wählen Das war's Rendern Kommt aber ganz gut an Die Nachbearbeitung hat aber Es geht sogar Es geht sogar Hochladen Zack Neue Karten Wir haben Nehmen wir das Was war das denn Ähm Und dann gehen wir kurz schlafen Dann gehen wir Essen kaufen Dann holen wir uns das hier kurz ab Genau Und Ja gut Wir haben erstmal genug Geld Genau Dann kann ich erstmal Oh Mann ey Oh Mann ey Ich bin gerade ein bisschen Überfordert Merkt man so ein bisschen Oder Äh Wir kaufen mal ein paar Burger Und ein paar Pizzen Und ein bisschen Spaghetti Und ein paar Hot Dogs So Ähm Ich passe Ich passe Gut So Haben wir jetzt erstmal genug Essen Eingekauft Dann würde ich sagen Ähm Pizza Du machst Nein warte mal Doch Du machst ein Preview Du machst bitte Ein Preview Zu dem Was Ist das dein Ernst Okay wir brauchen neues Spiel Wow Wow Das ist wow Wow Der 7. Juni Ist es Der 5. Juni 5. Juni Nehmen wir Gibt es irgendwie noch ein besseres Neuestes Neueres oder so Okay Alter Aber dazu machen wir jetzt kein Unboxing Dazu machen wir definitiv kein Unboxing Aber wir Rüsten noch ein wenig auf Den Rechner hier Haben wir noch ein besseres Schnittprogramm Nein Neue Kopfhörer Klar Neues Mikrofon Kaufen wir Neue Webcam Holen wir uns auch Neue Maus Gibt es auch Monitor Gönnen wir uns Ne Tastatur Haben wir die beste Und die CPU Können wir uns nicht gönnen CPU ist dann als nächstes dran Okay Öffnen Bleib stehen Und du machst jetzt bitte ein G... Äh Video Video Zu dem Alter Das ist Interesse Preview Auf Arbeitsplatz 1 Nein Auf Arbeitsplatz 2 Nein Auf Arbeitsplatz 1 Ja Der wird gleich Komplett voll Ausgerüstet Zack Zack Wo ist der andere Typ hin Ach egal Öffnen Nein will ich nicht Du machst ein Video Du machst ein Gameplay Dazu Auf Arbeitsplatz 3 Ja Komplette Scheiße Aber okay Öffnen Na 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 Gut Ich glaube Jetzt können wir den nochmal Weiter aufrüsten Sodass wir wirklich Alles Auf Maximum haben Zack Es gibt wieder neue Kopfhörer Ist das dein Ernst? Ich habe mir doch gerade erst neue Kopfhörer gekauft Und neue Bildschirren gibt es auch Egal Na Da 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 Na 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 Los Wir könnten eigentlich mal einen Kurs machen oder? Machen wir jetzt einen Kurs Ähm Ja den Kurs Und die produzieren einfach komplett fertig Videos mit uns Nein ich will mich nicht unterhalten Die ist fertig Zeige das Video Oh Schön Alter das ist definitiv unsere beste Mitarbeiterin The Walking Pet Really The Walking Dead The Walking Pet Und so Ha Na 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 Wenn du mit 20 Äh wenn du kannst 20 veröffentlich die Bilder im Internet Ja auf keinen Fall Ja von dir in PJs sind ein großer Erfolg Ha Geil Cool Er ist fertig Nice Zeige das Ergebnis Ja ist okay Ist gar nicht mal so schlecht geworden Zack Äh du machst ein neues Video Mach bitte noch ein Gameplay dazu Nein aber auf Arbeitsplatz 2 Ja Und du Genug für heute Ich komme bald zurück Ja okay dann machst du auch noch ein Gameplay Auf Arbeitsplatz 3 Nein Nein warte Loil Das ist auch äh Gameplay 2 Okay Kann ich beleben Ja Was denn Äh ich kann nicht glauben Selbst Benacharbeitung Okay Ist okay Ist okay würde ich sagen Zockst du mal Und dann nicht Gut unser Kurs ist auch bald fertig Das ist schön Na 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 Danach gehen wir nämlich den Rechner mal ein bisschen aufrüsten Dürften dann auch wieder ein bisschen Geld haben Um Oh verdammt Ich sollte vielleicht Geld sparen 2700 Och du Kacke Hä Okay Ist halt immer noch nicht fertig Okay Achso das Video lädt noch hoch Deswegen macht er nichts Schön Wir haben Den Kurs fertig Kurs fortsetzen Dann würde ich sagen Äh Wir machen mal Wir machen mal weiter damit Wir machen damit weiter Auch verdammt Ähm Nervige Kritik Langer Kommentar Nehmen wir mal den langen Kommentar Hä nein du machst den Kurs bitte Achso Wir Kaufen wir erstmal ein Genau Stimmt Da war ja was Äh Ich will aber nicht Wir müssen Den Rechner unten auf jeden Fall Bald mal Äh Verbessern So nach dem Warte nein Wir pausieren den Kurs Und wir machen Auch mal Nicht einkaufen Nicht einkaufen Zeige dein Ergebnis bitte Nice Ist super geworden Ich bin stolz auf dich Dann machst du gleich Ein weiteres Video dazu Und zwar Noch ein Gameplay Äh Ein Rechner 2 Gameplay Ja meinetwegen Äh Wo sind wir Denn wir machen eine Review zu dem Spiel Anrechner 1 Genau Oh Schön Lärmschutz Wow Äh Okay er macht ein neues Video Schön Das Video lädt noch hoch Genau Okay Moment Ähm Wir haben 31 Ich hätte vorher schlafen gehen sollen Okay wir nehmen alles niedrige Wir nehmen nur niedriges Ausschnitt Sinnloser Kommentar Was Okay hier müssen wir Singenden Kommentar nehmen Manchmal steht das Manchmal steht es da Manchmal nicht oder wie So Fassend gespielt Unnustiger Kommentar Okay nice Du hast deine einfache Aufgabe bewältigt Äh So Okay hier brauchen wir wieder so Kurzen Kommentar Äh Du bleibst Hängen und drückst alle Knöpfe Wütender Schrei Shit hätte ich nicht nehmen sollen Ich hab nur auf die Punkte geachtet Ja interaktiver Ladebildschirm Was Können wir nichts machen Shit Okay die Videos kommen auf jeden Fall ganz gut an Äh Wir nehmen das hier Dann Das Das Nein Das Nein warte mal Hauen wir das noch irgendwie Irgendwie müssen wir das hier dazwischen hauen noch Machen wir so Ach komm Ähm Oh Gott Wir brauchen unbedingt davon was Wir haben noch 15 Punkte übrig Okay Können wir das noch wählen Das noch Und das noch Wählen Hoi Mehr als erwartet Hochladen Ähm Irgendein Rechner geht kaputt Nein der ist es nicht Ist es der? Auch nicht Okay Zeige dein Ergebnis Gerne hochladen Und du Wo bist du? Achso ich glaube die ist gerade nach Hause gegangen Ja genau Schlafen Schlafen ist eine gute Idee Schlafen können wir gerne Unser Video ist auch hochgeladen Dann gehen wir noch in den Essen Ach da bist du Ach da bist du Zeige das Ergebnis Ja ist okay Hochladen Gut Spiel wählen Okay das können wir mittlerweile verkaufen Ey Ja Ein nach da Danke Äh verkaufen Dann würde ich sagen Du machst ein Video Und zwar Noch ein Gameplay zu dem Spiel Und Ja Rechner 1 geht nicht An Rechner 2 musst du Fortsetzen Yo Oh Du kannst noch kein Video machen Das ist noch am Hochladen Genau Ach da auch eigentlich Oh Hey du sollst Oh Essen Essen Ein Hotdog Mhm Mhm Danach musst du nochmal essen Und zwar noch ein Hotdog Mhm Dann gehen wir hier Okay nein wir müssen Geld sparen Wir müssen definitiv Geld sparen Ja Wäre auf jeden Fall vom Vorteil Kommende Veranstaltungen sind nichts Okay Sind wir eigentlich noch in einem Netzwerk drin Ja Netzwerke Wir könnten da rein Das zweitbeste Oh schön Monatliches Ziel 200.000 Klicks 10.000 Abonnenten Und eine Veranstaltung ist es glaube ich Okay Welcher Rechner geht hier denn die ganze Zeit kaputt Da da unten Okay reparieren lassen würde Ah ja komm Achso Wir sollen ein Gameplay Video machen Für der PC Machen wir Vor dem 21. Juni Okay Wir machen mal kein Unboxing davon Auf jeden Fall Wir öffnen es sofort Machen Macht er bitte Oh Gott ist das scheiße Eine Preview An Rechner 3 bitte Ja Ist Wayne Muss nicht unbedingt gut sein Und wir machen dann gleich ein Gameplay Machst du gerade ein Video Ich glaube schon oder Egal Das Video ist hochgeladen Nice Jetzt macht er eine Preview Kann aber noch ein bisschen dauern Der Rechner ist halt ein bisschen Im Arsch Sag ich mal Aber wir haben hier gleich wieder Oh wir haben gleich Schön was an Geld Dadurch dass wir so viel Videos gemacht haben Können wir den aufrüsten Wenn er da gerade dran sitzt Ich glaube nicht oder Nee So kannst du Ja zeige das Ergebnis bitte Danke Ist gar nicht mal so gut Schade Dann machst du ein Video Wenn das hochgeladen ist Und gerendert ist Machst du davon ein Gameplay bitte Äh Arbeitsplatz 2 Genau Ja Er ist fertig Okay wir gehen Er ist nicht fertig Okay Warum ist er denn gerade aufgestanden Dann geh mal kurz hoch Geh mal bitte kurz hoch 5 Tage haben wir dafür noch Okay Das ist okay Das ist okay Das ist okay Ja Okay Dann gucken wir mal Ob wir hier noch irgendwas finden Was wir Verbessern können An diesem Rechner Ich glaube noch nicht Das ist okay Das ist okay Wir gehen mit ihm